Okay, weiter geht's mit der Scheiße. Das ist der fitten Bosskampf. Weißt du, hier. Wer scheiße Basterd. So keine Chance mehr gegen den Endboss. Ich muss noch etwas länger durchhalten. Los, weiter. Warte, komm, ist nicht eine Kombination aus den... Ach, ich wusste es. Drei von der Spezialeinheit auf einmal. Na gut, ich komm schon. Ach, Mann. Ihr frisst Scheiße. Schaffe ich das auch noch? Ich weiß es nicht. Dann sehen wir mal. Vielleicht schaffe ich das auch irgendwie. Also die Hälfte habe ich schon von der Schlampe. Was? Okay. Ich hasse diesen dreckigen Hund Ich hab so keine Chance mehr No, 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 no Leg, ah ja, du Homo Nichts gegen Schwule Ey, ganz ehrlich, küsst mir die Arsch, du Wichser Ob das mich jetzt aufregt Tod Ich hab so keine Chance mehr bei Bruno Das ist der letzte Gegner, ich darf jetzt nicht verlieren Ja, genau, beim Endboss hab ich so wenig Leben Geht klar, der Typ hat mich damals ganz schön in die Mangel genommen Jetzt kommt meine Revanche Ich hoffe, es geht noch gut aus Warte mal, ich mach hier kurz was Ich binj Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Dummer, dummer Sposti. Dummer, dummer Sposti. Das war's für heute. 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 Was ist das? Sehr schön Ist klar, dass ich wieder so einen Filmfehler mache Ich hab keinen Bock, aber wieder so viel Saves hier zu machen Komm, stirb mal Tod, ja, okay Puh, das war ganz schön hart, weiter Oh, okay, dann sind es weniger Bosskämpfe, wenn ich mich jetzt richtig erinnere Ich weiß noch, wie damals bei dem Kampf alles runter und rüber gehen Los, komm Die Falle, die tiefe Missgestalt Ich hoffe, ich schaffe den Kampf Warte, wenn es diese Kämpfe nur sind Also der Riesenfisch kommt da nicht, oder was Warte, der Riesenfisch kommt da nicht, oder Weil der Riesenfisch war ja da Oder weil Nach diesem Ereignen Ach, doch Riesenfisch kommt danach, ja Ich friss deine eigene Scheiß hier Ich friss deine Scheiß hier Irgendwas mit Secret, sagt sie da Bei Secret Service Schade, aber trotzdem, weißt du gleich sterben Leben, erhole dich mehr und mehr Ich hab's mir abgezogen, Mann, Mann Okay, sie ist aber gleich tot Ey, Finger, oder so Wie soll ich sie nicht tot Habt ihr noch getroffen, oder nicht Ach, stirb jetzt Ja, fall runter Fall runter, komm Das war ein toller Kampf Ein toller Kampf Wer kommt als nächstes Fisch Oh, der Vogel Und dann der Fisch Und dann Blank Und dann der Boss Ach, dieses Vogelhirn Oh, der Vogelhirn Come Wieso stelle ich mich noch so dämlich an, Mann Ah Ah! Ich hab so keinen Bock mehr gerade. Ey... Ey, du kannst mich mal gerade richtig arm... Ich will jetzt nicht die Schimpfwörter sagen hier. Ach, Mann! Jetzt kommt der Fisch! Bischer, weiter! Jetzt kommt ein Fisch. Ja, jetzt kommt der Fisch. Ja, komm raus. Fucking Fisch. Komm schon, du Fischfratze, dich! Werde ich rüsten, im nächsten Part vielleicht. Okay, weiter geht's! Meine Mutation ist sehr hoch, hey! Und was kam er wieder an? Wieso kann ich die nicht fangen? Ich wollte schon sagen, hier... Ich wollte schon sagen, hier... Ich komme raus! Ich hab dich noch gut in Erinnerung Schaffe ich den noch? Ich weiß es gar nicht Ja klar, jetzt auf einmal kommst du mit deinen komischen Flossen an die verdammte Mistgeburt von deiner Ganz ehrlich, stirbt erlendig Fucking Fisch Komm, mach deine komischen Flossen Ich hab ihn Knapp He he, sehr delikater Happen und weiter Jetzt kommt gegen Blank und dann gegen den Boss Mit dir werde ich als nächstes spielen Blank Blank Aber, okay, nur ein Safeset gemacht zur Sicherheit Falls ich abkratze und ich ihn normal machen muss Entscheide dich mal, ganz ehrlich, man sieht, man merkt gar nicht, was er machen will als nächstes Habt gut Glück, oder was soll ich denn entscheiden hier? Man Stirb einfach mal, ganz ehrlich, stirb Seht ihr das? Die Bewegungen? Das ist ein gleiches Bewegungsmuster, wie soll man das herausbekommen? Ersch Hja Hja Ich glaube, ich habe den Kampf gewonnen. Aber wie es als nächstes weitergeht, das ist eine andere Frage. Stirb. Ich habe den Kampf gewonnen, aber wie es mit dem Endboss aussieht, ist eine andere Sache. Das hat Spaß gemacht, Blank. Na los, wer kommt als nächstes? Ob du es nicht wüsstest. Ich bin noch nicht am Ende. Fick mal. Ich bin gestorben. Wisst ihr was, ich habe keinen Bock mehr auf dem Kampf. Ich habe so keinen Bock mehr. Nein. Es bringt mir nichts. Es bringt mir vielleicht nur einen Roboter. Einen Roboter für Pilkristalle und das alles. Wozu mache ich das eigentlich? Haha. Viel lief's. Sie waren stärker als ich ihre Ernährung hatte. Ich habe verloren. Du kannst jederzeit erneut versuchen, wenn ihr den Sinne danach steht. Okay, ich kann es nicht so... Ne, ja. Ficken. Ganz ehrlich, ficken. Ich habe keinen Bock mehr. Halt die Schnauze. Red nicht mit mir. Nein. Red nicht. Okay. Wir sehen uns beim letzten Part des Bonuses. So gesagt. Und ja. Einfach ficken.